Dann gucken wir uns doch nochmal ein bisschen weiter um. Du kommst so oder so mit, ob du möchtest oder nicht. Von hier oben hätten wir eh nix machen können. Ah, du bist eingesperrt. Achso, oh. Boah, das ist ja ganz am Eingang. Also ganz zu Beginn, ne? Das heißt, wir müssen hier wieder hoch und dann können wir erstmal gegen das Eis-Elemental kämpfen. Sehe ich das richtig? So, bist du hin? Da bist du. Na? Boah, ja. Sowas habe ich mir vorgestellt. Ne, ich bin schneller als du. Vergiss es. Gegen Eis wirst du eh immun sein. Na du? Och ne, komm. Jetzt mach hier nicht wieder die... Oha, ist ja gut. Hast ja gewonnen. Ne, von daher kriegst du uns und ich vergiss es. Nö, da kommst du bitte zu mir. Haben wir dich. 500 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Äh, ich wollte mal eben gucken, wäre das hier das Eis-Feld? Ne. Das hier? Nein, so. Hm. Das hier? Hätte ja sein können. Ich probiere es halt. Äh, oh, die Schriftrolle des Feuerballs. Wie geht es? Gerade aus und runter? Nein! Wir haben es doch eigentlich die ganze Zeit ausprobiert. Aber gut. Okay. Okay. Air Magic 1, Fire Magic 3. Sehr gut. Danke nochmal dafür, für den Tipp. Und wir haben einen runden Schlüssel gefunden, den wir jetzt gleich brauchen können. Das heißt... Feuerball. Äh, heißt das auch Eisball? Wie geht der Eisball? Äh. Wenn das hier das ist, brauchen wir eigentlich dazu die Luft. Das hier? Kann doch nicht sein. Also es müsste eine Vierer-Kombination sein. So viel steht fest, denke ich mir jetzt einfach mal. Die Frage ist halt, welche, ne? Komisch. Nee, mach mal den hier. Wir brauchen ja Konzentration 3 dafür, meine ich, ne? Aber warum können wir keinen Frostball schmeißen? Ah. Also eigentlich müsste es das sein, dass man halt hier nach hier zieht. Weil wir haben damit das Element Luft dabei und das Element Frost. Aber es geht halt nicht, weil... Oh nein, sag mir bitte nicht, du brauchst auch einen Punkt in, äh, Luft. Hm, 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 hm. Könnte natürlich sein. Lassen wir uns überraschen. So, wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir müssen wieder einmal komplett zurück. Ähm, richtig. So, wir können von hier noch nichts drauf schmeißen, weil sonst geht das Gitter zu und wir kommen gar nicht nach oben. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, von hier Sachen darunter zu schmeißen. Das heißt, erstmal einen Stein. Damit öffnest du das dahinter. Kann ich den auch fallen lassen irgendwie? Jawohl. Gut, das heißt hier... Achso, genau. Den lasse ich hier auffallen und den hier lasse ich auffallen. Den schmeiß ich... Nee. Schmeiß den. Den lässt du bitte fallen. Den lässt er auch bitte fallen. Sehr gut. Und dann kommen wir auf die andere Seite. Und auf die andere Seite kommen wir nur, wenn wir den... Wer hat den Schlüssel geklaut? Du. Aha. Sehr gut. Schönes Rätsel. Du kommst mit. So. Kein versteckter Knopf oder so? Nee, ne? Wahnsinn. Jeck gemacht. Einfach nur Jeck gemacht. So, haben wir hier jetzt noch irgendetwas Schönes? Da sehe ich nichts. Da sehe ich nichts. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so einfach so da durchgehen darf. Immer so zu sagen, ja, ich sehe links und rechts nichts. Dann könnte da nichts sein. Weil ein Secret ist ein Secret. Und es gibt immer schöne, besondere Sachen für uns dann mit dabei. Ah, da hinten ist ein Kristall. Oh. Ein Lurch. Oh, diese Musik, die ist schon ein bisschen gruselig. Oh, ganz wichtig, ganz wichtig. Was bist du? Äh, die Schriftrolle des Lichts. Sehr gut. Spiel gespeichert. Das Licht geht aus. So, wir könnten uns hier runterlassen. Wir haben ja schon unser, unser besonderes Seil benutzt. Aber, ich glaube, wir erkunden erstmal den anderen Weg. Kann ich auch. Wir gehen erst runter. Wo, wer, wer hat das Seil? Wer hat es? Wer hat es geklaut? Da. So, damit sind wir unten. Ohne, dass wir Schaden erlitten haben. Ich finde das immer noch super, super gut. So, hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Wir kommen ja einfach gleich irgendwie easy, locker, flockig hier nach oben. Aha. 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 Aha, aha. 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 Nun gut. Dann, äh, wo sind wir denn hier rausgekommen? Oh je. Kommst du, äh, jetzt hier raus? Oh Gott, wo ist hin? Spinni, Spinni. Spinni. Ich höre dich nicht krabbeln. Pfeile. Pfeile. Na, wo ist es denn hin? Achso, hier geht's nach oben. Ich bin wahrscheinlich gerade wieder viel zu schnell, aber ich will mal gerade eben kurz so ein bisschen mehr Orientierung verschaffen. Dann, falls nicht doch gleich das ein oder andere Krabbel-Tier hier um die Ecke kommt. Spinnilein, egal wo du hin bist, bleib da. Eine Schriftrolle. Von was? Follow the light. Folge dem Licht. Folge dem Licht. Oh. Oh. Also, wir haben mehrere Teleportale. Ja, 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 ja. Oh, da ist auch ein schöner Helm drin, ne? Wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf. Richtig? Jetzt heißt es, folge dem Licht. Okay, warte mal. Tu da mal bitte. Nee, das bringt uns, glaube ich, nichts. Wir hatten einen Weg nach oben, ne? Oder vielleicht auch zwei? Oh Gott, ist da duster. Wenn jetzt da oben die Spinner auf mich warten. Und die Sack ist noch, ne? Spinni. Achso, da warst du. Oh, jetzt ist sie weg. Also, folge dem Licht. Was sagt mir denn das Licht? Dass wir von oben Sachen runterschmeißen müssen, oder wie? Warum gibt es hier so ein Ding? Das schnalle ich nicht so ganz. Tu da mal einen Stein bitte drauf. Und wo geht's hier weiter? Ach, hier geht's auf die andere Seite runter. Ich verstehe. So, was bewirkt das? Ah. Also, eins, zwei. Auslassen. Also, eins, zwei und vier. Eins, zwei, vier. Eins, zwei, vier. Da müssen wir, glaube ich, jetzt Sachen drauf schmeißen, oder? Entschuldige, wenn es gerade wieder so dunkel ist, aber es heißt folge dem Licht. So, aber was machen wir mit der Spinne? Also, eins, zwei und vier. Und jetzt? Aha. Weil das hat gar nichts mehr hier zu bedeuten, oder? Okay, dass die, äh, Dingens immer die ganze Zeit drauf hinzugeht. Ja. Was ist denn, wenn ich das drauf lasse? Ich würde, äh, äh, mich schon gerne mit der Spinne messen wollen. Ich meine, das Rätsel ist ja gelöst. Ach, müssen wir nur vorsichtig sein. Und selbstverständlich speichern. Wenn wir uns halt überhaupt irgendwie mit der Spinne messen können. Jetzt ist die Spinne da. Die Spinne sieht merkwürdig aus, so ganz ohne Haare. Nur ein Schittienpanzer. Sieht gar nicht so aus wie ein Spinnelein. Ich meine, ich habe schon gelesen in den Forum, dass viele Leute sich im ersten Teil darüber beschwert haben, dass es so oder so, so wahnsinnig viele Spinnen sind. Warum ist hier jetzt ein Gang? Den hatten wir ja vorher nicht. Okay. Secret gefunden. Cool. Ein Full-Helmet. Nice. Mit zwölf. Boah. Stark. 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 Zwölf Protection. Zwölf mal Schutz. Gleich zwölf mal Schutz. Ähm. Ich werde die Sachen hier einfach liegen lassen. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr davon brauchen. Aber gut. Haben wir einen Secret intact. Schön. Schön, 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 schön. Oben ist wieder das große Krabbeln. Äh, ja. Wie gesagt. Ähm. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, dass viele Leute sich mit... im ersten Teil über diese Spinnenplage aufgeregt haben. Und dass sie halt wirklich sehr, sehr eklig sind. Ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die haben ein Problem mit Spinnen. Obwohl, weiß ich nicht. Ich bin halt nun mal jemand, der gar keine Angst hat vor Spinnen. Weil ich bin irgendwie dazu halt eingestellt, zu sagen, dass die Spinnen so und so mehr Angst haben, als wir vor ihnen. Spinnen, sie sehen halt nun mal eklig aus. Das ist klar. Aber ich meine, man könnte jetzt auch böse sein, wenn der ein oder andere einen Spiegel zu Hause hätte. Dann... Ne. Ich will die Spinnen hier nicht unbedingt in Schutz nehmen. Aber Spinnen... Weiß ich nicht. Sind halt nützlich. Sind halt nützlich. Deswegen seh ich das nicht so eng. Ich mag Spinnen. Oh je. Jetzt wird's ja immer doller hier. Wir können also hinunter. Wir können also hinauf. Ist das vielleicht der Schrein des Feuers? Vielleicht? Wir können sogar hinauf. Die Frage ist, inwiefern hilft uns das? Was bringt uns das, dass wir hier oben draufstehen? Was? Was? Warum? Habe ich die Fackel ausgemacht? Ehrlich jetzt? Oh nein, wir haben zwei. Das ist... Das ist gar nicht gut. Also erstmal... Oh nein, 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 nein. Oh shit. Und ich komme nicht weg. Alles klar. Okay. Ja, mach schon. Los. Los. Aje, aje. Aje, aje. Aje, aje. Und jetzt natürlich die Frage, können wir nochmal unten an unsere Sachen ran? Oder wie sieht's aus? Damit wir... Ja, können wir. Alles klar. Damit haben wir das erste Secret. So, dich nehmen wir mit. Du kannst auch direkt einmal getragen werden. 36 Schutz hat er schon. Das ist sehr schön. Ich hatte eigentlich versucht... Mein Gedanke ist dabei gewesen, wo wir ganz oben drauf standen, dass ich in dem Sinne den Eiszauber wirke, um die Fackel auszumachen. Das war mein Gedanke dahinter. Und, äh, siehe da, es hat doch irgendetwas gebracht. Ich hab ein Secret entdeckt dadurch. Aber die Frage ist, warum? So, hier hatten wir ja das Weitere nichts, ne? Und zumal zwei Eiselementare wäre dann schon einfach eklig, weil wir kaum irgendwie die Chance haben, uns zu schützen. Da fehlt uns noch ein bisschen... Ja gut, du hättest, dein Erdzauber, aber... So, ich werde vorsichtshalber natürlich nochmal speichern. So, hier geht es irgendwie rein. Hier passiert irgendwie etwas. Gut. Ich werde das jetzt nicht einfach auf ein neues natürlich machen. Ich will erstmal gucken gehen, was uns hier erwartet. Das müsste ja jetzt ein neuer Gang sein, ne? Oh ne, das klingt mir nach Plups. Ha! Nice! Was? Nein! Achso, ja okay, ist egal. Wir kommen so und so wieder raus. Wir werden nicht so enden wie im ersten Teil. Der gute Torum werden wir nicht. Geh auf. Der hat nämlich nicht aufgepasst in seinem Dungeon. Und ist dann leider in eine Falle hineingetappt, die ihm das Leben gekostet hat. Nee, nee, nee. Nein, nein. Also erstmal ganz locker bleiben. Wir haben wieder so ein schönes, ja, Giftarmband, wenn man das so nennen möchte. So, einmal darum, darum. Sag mal, tut ihr euch auch verdoppeln? Ich meine, ihr seid nur zwei die ganze Zeit. Ähm, ihr könnt mit hineingesetzt werden. Die Pfeile kannst du meiner Meinung nach haben. Und wir bekommen eine leichte Zweihandwaffe, die mit Stärke skaliert. Äh, ein schöner Speer. Schön. Können wir aber leider nichts mit anfangen. Aber vielleicht kann der uns, äh, noch irgendwie helfen. Werden wir ja dann sehen. Sondern ich würde sagen, ist wieder eine Zeit für Futter hier, ne? Das heißt, du mampfst dir einfach mal etwas. Damit wir euch alle nämlich wieder auf denselben Stand haben. Oder ziemlich nah dran. Gut, gut, gut. So, nichtsdestotrotz. Ähm, wie läuft das mit dem Secret, ne? Wir haben das Problem, hier unten ist irgendwo mal Sackgasse. So viel steht fest. Ich meine, ich kann ja mal nach unten springen. Wir müssen gucken. Wir kommen auf jeden Fall wieder hoch. Und ich konnte irgendwo nicht weitergehen. Weil wahrscheinlich von hinten zwei Feuerbomben. Oh, die Feuerbomben, die wären es aber auch, ne? Das werden wir jetzt mal machen. Weil wir überall angegriffen worden sind. Von hinten und von vorne. Und ich glaube, Feuer ist wirklich eine tolle Idee hier. Wechsel mal bitte. Und nimm mal die Feuerbomben. Ja, mach das mal. Und du kriegst auch noch mehr Feuerbomben. Acht Stück. Damit könnten wir es machen. Und danach müssen wir uns hier auch in aller Ruhe mal umgucken. So. Das heißt, ich habe hier hingeguckt, glaube ich. In die Richtung. Ich meine, ich kann es auch mal woanders probieren. Ne, das hat nicht funktioniert. Und jetzt will ich mal wissen, ob die Fackel ausgeht. Nanu, was habe ich denn gemacht? Ich habe da nur irgendwo hingeguckt und einen Zauberspruch. Gesprochen. Warum kommt ihr jetzt? Oh Gott. Okay, also ja. Secret gefunden. Secret. Noch irgendwas. Ja, 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 ja. Okay. Zwei ist aber wiederum jetzt richtig gemein, ne? Wir wissen das ja. So, die kommen jetzt hier runter. Und ich hoffe, ich habe den ersten dann schon mal damit erwischt. Was mache ich eigentlich? Klick doch mal bitte weg. So, nächsten Feuerball. So, irgendwo sind sie halt. Ich weiß halt nicht wo. Genau da. Aber jetzt müssen wir, aua, 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 wieder einmal nach oben. Ja. Und damit ist Nummer eins tot. Es ist wirklich eine sehr ungünstige Position zum Kämpfen. Ja. Eine sehr ungünstige. Und ich glaube, es sind insgesamt drei, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ach du meine Güte. Heyo. Alles klar. Äh. Ha. Ha. Hab ich euch. Also es sind drei, ne? Wahnsinn. Wir würden einen Schädel bekommen. Wir würden einen Käse bekommen. Okay. Es hat aber leider wenigstens. So. Sehen wir uns gleich wieder. Ja. Ja. Vielen Dank.